Gear Finden und Find My Phone mit der Samsung Gear S2 Die Funktion Gear Finden hilft Ihnen beim Auffinden, falls Sie Ihre Gear S2 verlegt haben. Dies ist auch möglich, wenn zwischen der Gear S2 und dem Smartphone nur eine Remote-Verbindung und keine Bluetooth-Verbindung besteht. Auf dem Smartphone ist in der Samsung Gear App die Funktion Gear Finden vorhanden. Nach Antippen des Suchen-Symbols beginnt die Gear S2 zu vibrieren und das Display schaltet sich ein. Beenden Sie nach dem Auffinden die Funktion durch Antippen von Stop auf dem Smartphone oder auf der Gear S2 durch Ziehen der X-Lasche nach rechts. Über den Menüpunkt Gear Finden gelangen Sie auch zu Sicherheitsfunktionen wie Reaktivierungssperre oder Fernsteuerung. Umgekehrt können Sie mit Find My Phone Ihr Smartphone auffinden. Rufen Sie dazu den Anwendungsbildschirm und anschließend die Funktion Find My Phone auf. Sobald Sie die Suche gestartet haben, fängt das Smartphone an zu vibrieren und Ihr Klingelton wird abgespielt. Beenden Sie die Suche entweder auf der Gear S2 oder auf dem Smartphone. Find My Phone. Find My Phone.